Hallo, mein Name ist Alexander Gorgunov und heute zeige ich Ihnen in jeder Hinsicht eine profitable Gewerbeimmobilie, die nur eine Minute zu Fuß von der U-Bahn-Station Aviamotor Naya entfernt liegt. Objektadresse, Moskauer Stadt Aviamotor Naya Straße, 12 Lefatovo Business Center. Zum Verkauf steht ein fertiges Bürogebäude mit einer Fläche von 118 Quadratmetern im fünften Stock eines modernen Business Centers der Klasse B+, das 2012 in Betrieb genommen wurde. Der Raum verfügt über einen geräumigen offenen Raum, der von hohen Aluminium-Trennwänden mit Holzfüllung und einem großen Arbeits- oder Besprechungsraum umgeben ist. Eine ausgezeichnete kosmetische Reparatur wurde im Raum unter Verwendung von haltbaren Materialien durchgeführt, die für die Ästhetik des Büros geeignet sind. An den Deckenspanndecken mit vergoldeten Fußleisten, massiven Porzellanfliesen auf den Böden und nahtlosen venezianischen Puts an den Wänden. Das Büro ist mit zentralen Klima- und Lüftungssystemen mit Luftheitzung ausgestattet. Ein Business Center mit Durchsatzsystem und Videoüberwachung ist ebenfalls mit allen erforderlichen technischen Netzwerken und Kommunikation ausgestattet. Es gibt eine Tiefgarage. In den oberen Etagen befinden sich Wohneinheiten. Das Business Center ist voll, einschließlich Ankermieter. Unter den Eigentümern und Mietern der Räumlichkeiten befinden sich eine Filiale der Alphabank, die Fastfood-Restaurants, Burger King und Terremor, ein Schönheitssalon, Monet, ein Anwalt und ein Notar. Direkt gegenüber dem Geschäftszentrum befindet sich die Präfektur des südöstlichen Verwaltungsbezirks. In der Nähe befinden sich viele Geschäfte, Cafés und Restaurants. Es gibt eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung, ganz in der Nähe des Enthusiast-Highway und des dritten Transportrings. Der U-Bahnhof Aviamotor Naya liegt nur 70 Meter vom Eingang zum Business Center entfernt. In der Nähe befinden sich außerdem der gleichnamige Bahnhof der neuen U-Bahn-Linie Nekrasovskaya und der Bahnhof Novaya in Richtung Kazan der Moskauer Eisenbahn. Das Business Center befindet sich in einer Zone mit hoher Geschäftstätigkeit und neben dem historischen Viertel Lefatovo, das außerdem für Entwickler von großem Interesse ist. In der Nähe werden mehrere völlig neue Business Classroom-Komplexe gebaut und in Betrieb genommen. Das Zimmer befindet sich seit mehr als fünf Jahren in Privatbesitz einer Person, dem ersten und einzigen Eigentümer dieser Immobilienobjekte. Es gibt keine rechtlichen oder Kreditbelastungen. Rufen Sie mich noch heute an und schauen Sie zu einem für Sie passenden Zeitpunkt zu.